Gabelstapler jetzt wieder geht. Oh. So, Feuchtigkeit 91, das und 0, 0. Gut, der Versuch. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Hallo? Ja, toll, ne? Ich geh mal gerade in die... Na? Der nimmt die nicht. Das ist jetzt wirklich schlecht. Ich guck mal gerade, ob er die anderen nimmt. Ja, oben nimmt er immer. Ja. Aber unten nicht. Irgendwas ist da schwer, Buggy. Ja, er will immer nur oben, das ist echt schlecht. Das ist jetzt wohl so ein... Na ja, nicht Game Breaking, aber es ist schon ärgerlich. Ja, dann... Nimm sie... Ne, er macht's nicht. Ja, die nimmt er. Warte. Und die haben auch 0, ne? Und dann fahren wir die mal weg und gucken mal, vielleicht ist es dann so, dass wir... In der Ansicht lag's ja nicht. Dass wir dann unten die nehmen können, wenn oben drüber keine sind. Das ist dann zwar auch ein Bug, aber ein, mit dem sie's Leben lässt. Wenn's aber jetzt auch nicht geht, dann... Äh, ja. Äh, ja, da war das nicht. Dann... fängt's an, ein bisschen unangenehm zu werden. Ganz ehrlich. Ich will mal schauen, ist da wieder neues Holzspäne-Zeugs... Nein. So, jetzt bin ich gespannt. War ein netter Versuch, funktioniert aber nicht. Äh, noch mal das hier. Ähm. Warum fährt er denn automatisch hoch? Nimmt's nicht. Nimmt's... Ja gut, das ist... Ja gut, das ist... Ah doch, selbst so sieht, nimmt er das. Ja, ist ja gut. Achso, da hat's gut. Also, das ist wirklich so... Na, das da geht. Das ist völlig unrealistisch. Aber das andere geht nicht. Finde ich nicht gut. Das heißt, wir haben vier Plätze. Einfach mal... Don't know. Muss ich denn in den Foren mal nachschauen. Ja, ist ja gut. So. Ich meine, ich geb er nicht so schnell auf. Stimmt nicht. Ich geb's auch schnell auf, aber egal. So, dann gucken wir nochmal, ob wir da irgendwo angeln können. Oder ob wir noch irgendwo Nuller haben. Ja, es ist immer das Gleiche. Steigen wir mal aus. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Was ist denn, wenn wir die aufnehmen? Können wir die vielleicht irgendwie ablegen? Ähm. Nee, 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 nee. Funktioniert nicht. Es gibt ein Workaround, das weiß ich. Ja, 90, 85, 00 ist klar. Ja, und die sind noch nicht trocken genug. Und auch da wird's wahrscheinlich nur oben gehen. Das ist doof. Hm. Gut. Wir können jetzt natürlich erstmal... Ja, ist ja gut. Und die wird's wahrscheinlich wieder völlig... völlig... ...random funktionieren. Die ist gerade ein bisschen... ...ärgerlich. Nochmal. Ja. 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 Und der macht auch ganz seltsame Sachen. Ja. Ja. Egal. Vielleicht gibt's irgendwann ein Patch und dann geht's wieder. Das Spiel ist ja noch relativ frisch. Na, hier nimmt er echt alles, na. Egal wie, Winkel, egal. Gib ihm. Ich will diesen Workaround, der eigentlich als, ähm, Geldfettintrick angepriesen wird. Komm, das machen wir schon richtig. So. Geht zu. Bingo. So. Wo bist denn du? Hi. Hallo, Nora. Hi. Du machst mich so... Oh, danke. So nett von dir. Alter, was hast denn du da an? Okay, so. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwo nochmal einen Angelplatz finden. Müssten wir ja eigentlich haben, oder? Da hinten läuft jemand. Wo können wir angeln? Uhrzeit? Na, ist noch viel zu früh. Und wie gesagt, Transport mache ich nicht. So sehen die Äpfel aus. Mhm. Ach, warte mal hier. Das sieht doch aus, als wäre es ein Support. Hm. Ja. Da ist er. Mhm. Wie wäre es, wenn ihr ein bisschen Abstand haltet? Mhm. Wenigstens angeln können wir hier. Die sind jetzt zwar wieder weg. Mhm. Ah doch, da kommt einer. Kommt her. Na komm. Das sollte doch gelten, oder? Du. Kommst du? Direkt. Äh. 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 Jawoll. Mhm. Fähig. Eine. Ein Rundauge. Du. Du? Nein. Du. 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 Man. On. A mission. Wir. Fischen. Du. 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 Noch ein Rotauge. Okay, Rotauge, sei wachsam. Weg sind sie. Na toll. Oder? Kommen die wieder? Oh ja, die kommen wieder. Okay, das ist kein Rotauge. Eine Kartusche. Ich weiß, dass da nicht Kartusche stand. Ah, da hinten. Ui. Aha. Ach, wie immer, direkt vor der Haustür. Ah, warte. Nein. Kommt der wieder? Hm, wir bleiben noch ein bisschen. Der sieht so aus, als würde er genau. Aber so exakt ist es nicht. Wir angeln jetzt nicht so viel, sondern so, ne? Drei, vier Stück. Aber warte. Ähm. Da ist es wieder. Ja, sind sie genau jetzt weg? Egal. Die kommen trotzdem jetzt sehr, sehr schnell. Wieder? Behaupte ich jetzt mal? Oder sind die woanders? Das war ich doch gar nicht. Hallo? Da kommt so einen dritten. Hätte ich schon noch ganz gern. Können wir vielleicht, ähm... Auch irgendwie hier. Angeln, das sieht ja noch besser aus. Hm, hier. Hm. Nein. Hier. Fischi, Fischi, Fischi. Hier. Bei den Baumstämmen. Nein. Das geht wahrscheinlich... Ah, doch. Geht. Jo, geht sogar schnell. Mhm. Oh, ja. 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 Und was haben wir hier? Brotauge. Oh. Sag ich doch. Zack. Müssen wir erstmal nach Tornado. Taifun. 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 Nicht Tornado. Nochmal schauen, ob der vielleicht Hunger hat. Noch ein Rotauge. Nein. Nochmal eine Kartusche. Nein, das ist kein Ammel. Ah, Ammel. Kein Angelsimulator, sondern ein Holzfäller-Simulator. Ah, ich bin hier, glaube ich, ein bisschen falsch. Oh. Lärm. Oh. Ja, jetzt sind sie ganz weg. Wo seid ihr? Oh, warte mal hier. Wow, was ein toller. Toller Blick. Aber doch da. Wow, weit ist das. Aber es lohnt sich vielleicht. Ist auch die letzte jetzt. Dann gehen wir zurück und schlafen einfach jetzt schon mal. Ähm, um zu gucken, was wir dann morgen für Missionen haben. Aber wegen vier Äpfeln muss ich auch nicht zur Lilly. Das ist ganz klar. Ja, kommt mal her. So, ist gut. Fisch. Fisch. Hab ich mich da verguckt oder ist es zu weit? Ich weiß es nicht. Komm. Noch einen schnellen, hm? Es ist ein sehr ruhiges Spiel. Na, ihr seid doch da. Dann beißt doch mal. Genau so. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ich hab's natürlich viel lieber, wenn die direkt vor mir sind. Dann ist das Einholen nicht so ermüdend. Danke. Das ist ein Rotauge. Oder was ganz anderes. Nein, eine Karusche. So heißen die Dinger hier. Nein. So, dann geh ich mal Richtung Heimat. Weil ich hab hier momentan echt nichts zu tun. Und jetzt auch irgendwie, solange der Trockner nicht funktioniert, wie er soll. Und ich auch keinen Auftrag hab. Arbeitet der. Das wollte ich nicht. Hilfe, ich will raus. Boah. Okay, okay. Okay. Hallo. Ah, gut. Äh, ja. Lass mich bitte mal irgendwie... Mhm. Was hab ich getan? Bin ich verloren? Ähm. Ähm. Ach, ja. Da. Ja. Ja. Irgendwie so. Hallo. Ja. 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 Okay. Ich muss mich jetzt gerade mal so retten, aber das geht ja zum Glück. Ist hier irgendwas zu sehen. Ist hier irgendwas zu sehen? Wachsen da vielleicht jetzt neue Bäume? Können wir neue Bäume setzen? Ist hier? Kaufe dieses Waldstück. Wäre ja ideal. Gucken wir mal, was es kostet. Mhm. Könnte ich machen, aber es nützt ja jetzt nichts. Außer, ja, Pilze. Kräuter. Mhm. Na, das war's aber schon. Pilze und ein paar Kräuter. Und ein Waldstück. Wo bin ich da? Das ist groß. Und meins ist... Mhm. Gibt's noch einen Baum? Ist ja egal. Das müssen wir jetzt nicht machen. Weil... Ja. So, sind da jetzt irgendwelche Äpfel schon zu sehen? Nein. Wow.